Willkommen zurück zu Resident Evil 6, die Söldner. Ja, mein Name ist Daniel P. und mit dabei ist... Mein Name ist Imlaus, Daniel Micro. Genau. Und wir spielen jetzt zum zweiten Mal die Hochseefestung, weil nämlich das Playstation Network abgekackt ist. Und da habe ich gesagt, dann lösche ich die Aufnahme wieder und mache das nochmal neu. Und das war auch ganz gut so auf eine Art, weil ich ja vorher auch Cherry wieder hatte, wie immer. Und ich in der Aufnahme gesagt hatte, ja den Chris, weil Stormy hatte ja schon diese Cherry da, diese verpixelte. Und da habe ich ja gesagt, dass ich auch den Chris davon habe. Ist der einzigste übrigens, den ich als verpixelt momentan habe. Und dass ich den eigentlich auch mal zeigen könnte. Naja. Und da es jetzt ganz gut zusammenpasst, beide Charaktere, nehmen wir die beiden jetzt und starten jetzt das zweite Mal. Die Hochseefestung. Und hoffen, dass es jetzt mal besser läuft, ja. Ohne irgendwelche Störungen. Ja. Und ohne westige Raketen in den Arschschreblasen zu bekommen. Ja. Okay. Zumindest starte ich schon mal da, wo ich vorhin auch gestartet bin. Ich auch. Boah, ich sehe aus wie hinten wie Hulk. Der starke Chris. Bin extra aus, weil sie in Evil 1 hierher gekommen. Ja, da sahen sie, da sahen sie das so aus. Du hast einen Zeitsprung gemacht. Ähm, übrigens ich bin unten, ne? Du musst mal nach oben gehen. Du bist unten. Okay. Alright. Okay, dann rein ich mal hier rüber. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel... Ach, Chris hat schon sechs Tabletten. Das sieht ja gut aus. Nehme ich mal das Spree hier. Du musst dazu sagen, der noch mal. Ich muss halt nicht sechs Tabletten. Hä? Nein. Der hat nämlich keine Einzige. Oh. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und... Ups. Ja, du musst dich, der muss sich gedulden jetzt hier. Der meckert schon. Der meckert, warum er immer noch lebt. Ja, Pech, ne? Ja. So, dann leg ich mir ja auch wieder mal so ein Ding hin. Und da bin ich mir jetzt so voll. Habe ich nicht, hab ich nicht. So. Noch ein grünes Kraut. Kann ich eigentlich mal... Oh, drei Grüne macht auch sechs Tabletten. So. So und hier ist die letzte. Und jetzt können sie... Ey, du. Aber ich kann nur drei erst hilfes, äh, 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 stecken und dann habe ich keine mehr. Bäm. So. Das ist sehr zerstochen. Ich habe nichts damit zu tun. So. Hallo. Wo seid ihr? Warte mal, ich habe so vollen hier oben irgendwo. Wo war das? Da oben. So. Ja, mach hier nicht hin auf Karate. Kann ich selber. So. Ja, der spielt sie eigentlich auch sehr schön. Also ich habe den ja schon ein paar Mal gespielt. Äh. Au. So, jetzt müssten die ja da vorne wieder kommen, ne? Ich glaube da oben. Knick. Knack. Knick ab. Ja. Boah. Hab hier gesagt, ich hab mir gedacht, das geht ja gar nicht. Ok. Ich hab mir verstanden, dass er es ganz klar hat. Müßte sein. So, was sagt er dann? בע. Ha. Ah ich hab clockwise. Ach so, ne die leichteste Mission der Welt sagt er bei mir. Wenn ich ein, ähm, die Leistung wieder auffüllen lasse. er ist tot so was hat er noch auch schrot ja und raketenwürfer er war auch tot war noch nicht mehr das war deine nicht reagiert hast warte war meine tablette schnell jetzt reicht die gegner machen schon wieder so eine kleine zeitversetzung gefällt mir gar nicht das war hier Ah hier Jetzt komme ich aber auch mal runter Der Kreise Oh ja, hier war ja noch. Ups. Sorry. Was ist denn los mit euch? Au. Gehen wir jetzt mal lieber wieder Ausgleich. Ach was. Sind doch keiner drin, was hast du denn? Ach so. Du meinst die äh, sind schon mal draußen. Jetzt kommen ja schon die Spinnen, ja. He he. So. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Ah er. Wer will, wer. Wer will, wer. Das war der Power Schlaf. Da oben kommt noch keiner. Ah, ich hör so. Au. Wo ist denn der? Ah hier. Ich hab ihn erledigt. Jetzt sind nur noch hier dein, dein Kopfschmuck. Okay. Fliegt hier noch rum. Das hab ich ihm nicht erlaubt. He he. Ja. Könnt ihr euch noch vielleicht erinnern, die, die es geguckt haben in einem von den Parts. Das war glaub ich äh. Äh. Mit, mit dem. Ähm. Die haben wir nicht aufgenommen. Ähm. Na doch, wo du, wo ich gesagt habe. Nein, die haben wir nicht aufgenommen. Die Part. Ja, also. Doch, wo du äh, wo du quasi ähm Jack gespielt hast. Ach da, ja, das war's doch doch. Und so ein Vieh hast du auch. Hast du auch gekostet. Hast du auch gekostet. Aber das war nicht die, das war's dann. War's nicht hart. Ah, hinter dir. Ja, hinter dir. Ja, schnell. So, gleich mal gleich äh, bespreen hier. Das hast du nicht umsonst gemacht. Ganz schön heftig hier jetzt. Aber na gut. und weg amateure also noch voll so seid ihr bösen ach da kommen sie alle wieder vorne weiter bei mir ist es hinten ok weg gehen von den dd spd gehen gehen sie uns hier nicht auf es ist device oder die kommen jetzt was macht er hier er reißt die dinge ab ja so dazu sagen dass jeder charakter natürlich andere wuchs macht hast du von dem typ die kopf abrissen ok da hat die eine seite von den abgelesen ja 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 das ist immer so wer ist nicht der Typ mit dem Bein der macht da so einen üblichen Sprung da oder was nur weil er die Beine so komisch hat ich denke der wär was besonders damit wir gehen davon ist auch was besonders aber ok das war's dann schon wir haben erst reichen diesmal sah es ja richtig gut aus und mit unsere beiden pixel charaktere die haben sie haben voll drauf und es ist auch nichts passiert kein absturz kein schwarzbild nichts wunderbar ja dann sage ich mal ähm tschüss und bis zum nächsten part auch tschüss von mir und danke fürs zu sehen bis dann